Guten Morgen. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse der Sondierungsgespräche den Beginn markieren von Koalitionsverhandlungen. Die SPD muss noch durch einen Parteitag durch. Ich glaube aber, wir können davon ausgehen, es wird zu einer großen Koalition kommen. Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche sind so ausgegangen, wie wir es vorausgesagt haben. Es wird Reparaturen geben. Frau Merkel hat Zugeständnisse gemacht an die SPD, aber es ist nicht der große Wurf herausgekommen. Die grundlegenden gesellschaftlichen Probleme wie Altersarmut, prekäre Arbeit, die Finanzierung des Öffentlichen sind in Wirklichkeit nicht gelöst. Es gibt einige sozialpolitische Zugeständnisse, die aber unter dem Strich zu kurz greifen. Ich mache nur ein paar Beispiele. Bei der Rente. Die Festschreibung auf 48 Prozent bis 2025 wird eben leider der Verkäuferin den Menschen mit unteren und mittleren Einkommen nicht aus der Altersarmut helfen. Dazu hätte man mindestens 53 Prozent gebraucht und das hätte auch noch nicht ganz ausgereicht. Also die 10 Prozent oberhalb der Grundsicherung sind nicht armutsfest. Das ist immer noch deutlich unter 900 Euro. Davon kann man in Deutschland nicht wirklich vernünftig leben. Die Kindergelderhöhung ist zu begrüßen, greift aber zu kurz. Das Programm gegen Armut und Kinderarmut beschränkt sich auf Absichtserklärungen. Da kann man noch nichts davon ableiten. Die ganzen Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung. Es ist zu begrüßen, dass die Arbeitgeber wieder die gleichen Beiträge bezahlen müssen wie die Arbeitnehmer. Das haben wir schon lange gefordert. Dadurch alleine ist aber noch nicht die paritätische Finanzierung gesichert, weil die Arbeitnehmer ganz alleine die Zuzahlungen für Medikamente vornehmen müssen. Also wir haben immer noch ein starkes Ungleichgewicht und der SPD ist nicht einmal ein Einstieg in die Bürgerversicherung gelungen. Also nicht einmal bei den Beamten, das hätte ich eigentlich erwartet, dass es zumindest eine Richtung gibt für eine Bürgerversicherung, haben wir nicht. Die ganze Frage des sozialen Wohnungsbaus. Es ist zu begrüßen, dass eineinhalb Millionen Wohnungen bis 2021 gebaut werden sollen. Aber der Weg ist doch der falsche. Also es soll hauptsächlich über freifinanzierte Wohnungen laufen. Das wird wirklich nicht dazu führen, dass die Menschen mit unterem und mittlerem Einkommen wieder bezahlbare Wohnungen bekommen. Sondern das wird in der Tat die Mieten nicht wirklich decken. Der richtige Weg wäre gewesen, mehr kommunaler, öffentlicher und genossenschaftlicher Wohnungsbau mit ganz klarer Mietpreisbegrenzung, sodass wir wirklich wieder bezahlbaren Wohnraum bekommen. Die Investitionen in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege sind zu gering. Also die Bedarfe sind fast das Zehnfache von dem, was die große Koalition oder die künftige große Koalition jetzt verabschiedet hat. Da gibt es richtige Teilschritte, aber der Anspruch ist doch nicht besonders inspirierend. Dann haben wir das große Problem der Steuerpolitik. Hier hat die SPD gar nichts erreicht. Warum jetzt ausgerechnet der Soli abgeschmolzen werden muss, erschließt sich mir nicht. Es bezahlen ihn mehrheitlich überwiegend die, die ohnehin mehr verdienen. Also eine wirkliche Entlastung der unteren und mittleren Bevölkerungsgruppen wird dadurch nicht stattfinden. Es wird aber das Geld fehlen für regionale Strukturpolitik. Wir haben immer noch eine zu geringe wirtschaftliche Entwicklung im Osten. Wir haben inzwischen strukturschwache Regionen im Westen. Da müssen wir nur in manchen Bereichen ins Ruhrgebiet reingucken. Da wäre es wichtig gewesen, ein Strukturprogramm aufzulegen. Was völlig fehlt, ist ein Programm gegen prekäre Arbeit. Wir haben 30 Prozent unsichere Arbeitsplätze. In der Frage sachgrundlose Befristungen gibt es gar keinen Fortschritt, obwohl das ein zentrales Thema der SPD war. Es gibt keinen wirklichen Fortschritt bei struktureller Unterbeschäftigung, also unfreiwilliger Teilzeit, 10-Stunden-Verträge, alles was wir haben. Im Gegenteil, die Mieti-Jobs sollen sogar noch ausgebaut und begünstigt werden. Das ist vollkommen der falsche Schritt. Wir hätten ein klares Programm gebraucht. Das bedeutet, wir schaffen Arbeit, von der du leben kannst. Nicht irgendwelche Arbeitsplätze und nicht unsichere, befristete Arbeitsplätze. Es fehlt ein Anspruch gegen Leiharbeit. Also die Evaluierung bis 2019 ist doch sehr anspruchslos. Also man kann unter dem Strich sagen, die zentralen sozialen und ökonomischen Probleme in diesem Land werden mit diesen Sondierungsergebnissen nicht gelöst. Es gibt Reparaturen einer Politik, die sie selber angerichtet haben, einer falschen Sozialpolitik. Diese Reparaturen sind durchaus zu begrüßen. Ob das ausreicht, über vier Jahre eine Regierung zu bilden, die bei der Bevölkerung ankommt, da habe ich doch große Zweifel. Eine Frage noch zu der Finanzpolitik. In der Spitzensteuersatz soll jetzt ja offensichtlich nicht, wie von der SPD gefordert, erhöht werden. Was würden Sie sagen, wie konsequent hat da die SPD verhandelt? Ja, die SPD hat ein paar Sachen bekommen, aber dass ich schon mal darstellen muss, wir haben 60 Programme komplett durchgesetzt, deutet eher auf einen Gemischtwarenladen hin, also auf einen großen Wurf. Aber gerade bei der Steuerpolitik ist besonders ersichtlich, dass sich hier die SPD nicht durchgesetzt hat. Ich fand ja, dass 60.000 zu früh ist, also wenn man mit 60.000 Spitzensteuersatz ansetzt, den Spitzensteuersatz ansetzt, das setzt zu früh ein. Das trifft auch Facharbeiter und Lehrer und so weiter. Wir hätten da eher gewollt, dass man später einsetzt, also bei 86.000, aber dafür den Spitzensteuersatz höher macht. Und dass man deutlich untere und mittlere Einkommen entlastet, das geschieht ja praktisch gar nicht. Der Soli-Beitrag ist kein Beitrag da dazu. Aber schlimmer ist noch, dass die SPD ja von Anfang an schon gar keine Vermögensteuer gefordert hat. Also wirkliche Umverteilung von oben nach unten hätte anders ausgesehen. Und das begrenzt natürlich die Möglichkeiten, richtig in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege zu investieren. Also ich finde, bei der Pflege haben alle versprochen, dass deutlich was gemacht wird. Jetzt haben wir sehr viele Absichtserklärungen und sehr viel Unkonkretes und nicht einmal einen Pflegemindestlohn von 14,50 Euro, was wir gerne wollen.